so grüßt euch zu einem heilungsbericht von meinen minor messor hisperius und vielleicht kann man sie auch hier so ein bisschen sehen ich habe ihnen jetzt mal so eine steckengrille in den eingang gelegt gehabt heute mittag und sind hier ganz gut dabei bei dieser grille toll das sind auch sehr schöne ameisen die messer minor hisperius genau so heißen die messer minor hisperius gut auf jeden fall haben die eine ganz schicke färbung wie man hier sieht schön richtig schönes schwarz glänzende schwarz vor allen dingen richtig toll ja auch schöne ameisen sehr gespannt wie sie sich so entwickeln sie haben die haben auch so ein bisschen schon so einen kleinen körner vorraten wie man hier so ein bisschen sieht und ja das geduld gefragt einfach ruhe lassen und in wenigen monaten kann man denke ich mal hier mehr sehen und dann passt das ich versuche jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen netteinsicht zu bekommen für euch gut danke fürs zuschauen